Moin Leute, willkommen bei Comic-In und willkommen zurück zu meiner Iron-Man-Reise. Mittlerweile Folge 3 und wir sind vorgestoßen zu den Heften 11 bis 15. Diese sind weiterhin geschrieben von Autor Christopher Cantwell, werden aber diesmal von drei verschiedenen Zeichnern illustriert. Etwas gewöhnungsbedürftig, aber die machen allesamt einen Top-Job. Gestartet war die Reihe ja mit Cafu als Zeichner. Der steigt hier mit der Nummer 13 ein, übernimmt auch die 14. Angel Unzueta hatte ihn ja schon vertreten und seinen Stil sehr, sehr gut adaptiert. Also es fällt eigentlich kaum auf, dass Cafu stellenweise nicht an der Reihe dran ist. Angel Unzueta ist dann hier in der 11 und der 12 dabei. Und abschließend in der Nummer 15 haben wir dann Ibrahim Roberson, den ich ebenfalls für einen sehr talentierten Zeichner halte und der es auch super aufs Papier gebracht hat. Also was das Kreativniveau betrifft, war ich diesmal sehr zufrieden. Und auch wenn ich die letzten Male öfter mal an der Story gemeckert habe, dass Christopher Cantwell gewisse Plots nicht gut ausschreibt, gewisse Charaktere nicht gut trifft oder diese noch nicht an genug Wichtigkeit gewonnen haben innerhalb seines Aufbaus, muss ich das diesmal etwas zurückfahren. Jetzt hat er es wirklich gut und unterhaltsam gemacht. Wir stehen hier an diesem Punkt kurz vor dem großen Showdown, auf den wir alle gewartet haben für diese Volume. Tony Stark, Iron Man gegen Michael Korvek, Korvek, in einem kosmischen Gipfeltreffen, das dann in der Nummer 15 seinen Platz findet. Diese Hefte haben mir insbesondere besser gefallen, weil sie einfach weniger schwächen als die Ausgaben davor aufweisen. Dort bin ich öfter mal an Seiten hängen geblieben, weil ich mir einfach dachte, was soll das, warum passiert das hier, warum macht dieser Charakter nicht mehr, als er jetzt in dieser Situation tut. Dieses Gefühl hatte ich diesmal nur sehr, sehr begrenzt und ich denke, das war das, was diese Hefte von den letzten Unterschieden hat, weil grundsätzlich führt er natürlich seine Story fort, die er aufgebaut hatte in den letzten Ausgaben, die er seit Ausgabe 1 eigentlich aufbaut und diese bringen wir erstmal zu einem vorläufigen Abschlusspunkt. Ich weiß, danach kommen noch 10 Ausgaben und diese werden sich bestimmt auch weiterhin, insbesondere mit Tony Starks Psyche und seinem Gottkomplex, vielleicht auch dem von Michael Korvek beschäftigen, aber ich denke mal, man kann hier vorerst mal einen Cut setzen, das ist auch das, was mir der Kane mal mitgegeben hatte, die ersten drei deutschen Wände und damit Abschluss Nummer 15, die kann man erstmal so stehen lassen als Korvek-Quest. Dementsprechend bin ich ganz froh, dass er es hinten raus für diesen ersten großen Arc wirklich so gut finalisiert hat. Ich habe damit wirklich nicht gerechnet. Ich habe mich auch etwas gescheut davor, jetzt in diese fünf Hefte reinzugehen, weil ich halt nicht ganz zufrieden war mit dem, was mir zuletzt geliefert wurde. Ich hatte da auch angesprochen, da waren wirklich einzelne Top-Ausgaben dabei, die sehr charakterbezogen waren, die sich jeweils einem Charakter aus unserer Story hier gewidmet haben. Das lassen wir jetzt alles. Die Charaktermomente, die wir hier bekommen, sind die Charaktermomente für die kleineren Support-Charaktere und ich finde, das ist was ganz, ganz Wichtiges, was diese Volume bisher noch gar nicht erfüllt hatte. Die Sinnhaftigkeit im Support-Cast hatte ich bisher einfach noch nicht greifen können. Jetzt weiß ich das, jetzt wird das immer klarer, warum man diese zweifellos interessanten, aber doch so unterschiedlichen Charaktere um Iron Man drumherum versammelt. Hier wird das alles klar. Für jeden dieser Charaktere ist ein besonderer Moment bestimmt. Das sind keine Großmomente, die spielen sich teilweise nur auf einer halben oder einer Viertelseite ab, aber das sind trotzdem richtig gute Momente und seien das stellenweise auch nur Sätze, die ausgesprochen werden von diesen Charakteren, wo Christopher Cantrell wirklich gute Dialogarbeit bringt. Das funktioniert für jeden Einzelnen unserer Freunde, unserer Space Friends, so wie Iron Man sie hier auch gerne nennen. Wir waren an dem Punkt stehen geblieben, dass Tony Stark in eine fremde Welt geworbt wird und dies überraschenderweise sein persönliches Paradies darstellt. Ein Ort, wo er seine Gedanken schweifen lassen kann, wo er keine große Verantwortung trägt und wo er seine Seele baumeln lassen kann. Ich denke, das beschreibt es am allerbesten. Komischerweise ist auch Stiltman dort vor Ort und der führende Kopf hinter dieser Kolonie. Nichts anderes ist das. Diese wird von Altimos angegriffen. Das hatten wir in der letzten Folge alles noch so geklärt. Dieser Ort tut Tony wirklich gut und das merken wir auch. Natürlich ist das dann eine gefährliche Frage. Sollte ich nicht einfach hier bleiben, wenn mir dieser Ort so gut tut? Heißt, wir müssen im Sinne der Geschichte dafür sorgen, dass dieses Paradies Risse bekommt und in sich zusammenbricht. Und das wird es auch direkt in dieser ersten Ausgabe. Megiddo wird für ihn Geschichte sein. Tony ist natürlich immer bemüht, zum Wohle der Gemeinschaft und Gesellschaft zu handeln. Und selbst wenn er jetzt an diesem Punkt ist, wo er diese ganze Verantwortung, diese Last einfach mal von sich geben will, loslassen will, er kann nicht ruhig schlafen, ohne dass auch dieses Paradies noch paradiesiger wird. Denn die Ultimo-Angriffe, die fordern natürlich Opfer. Und das ist so ein bisschen das, was ihm das Paradies noch verdirbt. Logischerweise setzt er sich mit Stiltman als Kopf der Kolonie zusammen und überlegt, naja, wie können wir diese Gefahr ein für allemal eindämmen und die Ultimos beseitigen. Und wir merken da schon sehr gut, dass Stiltman etwas verheimlicht. Er geht zwar auf die Vorschläge von Tony ein, blockt er aber sehr schnell ab und gibt fadenscheinige eigene Initiativen aus, die zum Wohle dieses Paradieses auch funktionieren könnten, ohne jetzt diese ganz große Gefahr im Keim ersticken zu lassen. Man kommt als Leser sehr schnell auf die Fährte, dass da etwas im Argen liegt. Aber alle Bewohner dieser kleinen Paradiesinsel, die waren ja cool damit und haben sich damit arrangiert, dass halt mal ein, zwei, drei Opfer fallen, wenn Ultimos wieder angreifen. Tony lässt das keine Ruhe, aber grundsätzlich hätte er ja eigentlich Zeit, wenn er da jetzt wirklich auf Dauer verweilen will. Dafür ist eine Dialogsequenz sehr, sehr wichtig, denn wir dürfen nicht vergessen, dass er seine ganzen Mitkämpfer, sei es War Machine, Patsy Walker, Hellcat oder auch Gargoyle, zurückgelassen hat auf dem Weg zu dem Kriegsschiff von Galactus, der TAA-2 oder wie es auch immer heißt, wo ja auch Korvek auf dem Weg dorthin ist, weil dort die Power Cosmic liegt und nicht die Cosmic Power, das hat mich beim Lesen immer etwas verwirrt. Dementsprechend redet ihm Patsy Walker, Hellcat, die ja auch gerade seine Liebelei ist, mal deutlich ins Gewissen von wegen, Tony, wir sind überhaupt nicht auf dich angewiesen, aber wir, deine jetzigen Freunde und auch der Cast, die Gruppe, die du hier zusammengestellt hast, wir ziehen diese Mission durch, mit oder ohne dich. Dementsprechend kommt Tony natürlich nochmals überlegen, Mist, das ist alles auf meiner Idee gewachsen und auf meinen persönlichen Problemen. Ich habe Korvek finanziert, das wird hier nicht mehr so ausgerollt, aber das ist ja grundsätzlich der Hintergrund. Dementsprechend fasst er sich an Herz und wird selbst aktiv, ergreift Initiative und versucht jetzt schnell das Problem innerhalb Megidus zu lösen. Iron Man wird nun also schnell aktiv und ergreift Initiative, angetrieben durch Patsy Walker. Also das war wirklich ein eindringlicher Dialog, der in diesem Moment wieder enorm gut für mich funktioniert hat. Der war deutlich besser als die erste telepathische Kommunikation, die sie noch im letzten Heft geführt hat. Hier wird sich Tony dann wirklich bewusst, ich habe auch eine große Verantwortung, besonders meinen Freunden, beziehungsweise Kollegen auf der Mission, gegenüber, dass wir die Korvek-Gefahr eindämmen. Denn sonst könnte der Kosmos und auch dieses schöne Paradies ja hier sowieso vernichtet werden. Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Er schaut sich nun diesen Ultimo-Rest an, er hat ja in der letzten Hälfte einen besiegt, kalt gemacht, und stößt dort auf Avro-X, wo wir auch schon merken, dass der sehr stark instrumentalisiert wurde von Stiltman und da steckt viel, viel mehr hinter, als wir diesem Dialog mit Stiltman am Anfang entnehmen konnten. Aber spätestens ab diesem Zeitpunkt wissen wir auch, dieses Paradies, das ist nur Schein und die Wahrheit dahinter ist grausamer, als wir eigentlich denken. Du kriegst vielleicht den Schurken aus Stiltman raus und das will ich ihm hier auch gar nicht wegnehmen, dass es keine böse Absicht war. Aber wir schaffen hier mal wieder eine Analogie, was wir ganz gut in dieser Volume schaffen, denn Tony ist ja nur aufgrund seiner eigenen Selbstzweifel überhaupt dort gestrandet oder passt so gut in dieses Setting rein, in dieses ruhige Leben dort. Stiltman hat ganz, ganz ähnliche Probleme, kanalisiert die aber anders, geht damit anders um und wird Opfer seiner eigenen Selbstzweifel. Denn nichts gefällt ihm besser, als selbst mal von Relevanz zu sein an einem Ort. Es ist sogar relativ tragisch, wie er hier wieder in die Schurkenrolle reingedrückt wird. Wir haben Rückbezüge in die Daredevil Chipsedarsky Volume mit der Nummer 6. Da habe ich auch erst ein bisschen geguckt. Na, welche Volume meinen Sie? Das ist eins der ersten Hefte. Das hätte ich mir auch gut vorstellen können, aber es ist wirklich der zuletzt geschriebene Run an Daredevil zu dem Zeitpunkt gewesen. Und jetzt ist er doch einfach nur glücklich, diesen Status dort auch zu besitzen, den er sonst nie gehabt hätte. In unserer normalen Welt, in unserer Helden- und Schurkenwelt. Das wäre undenkbar gewesen, meint er zumindest, bei allem, was er auf dem Kerbholz hatte. Und so macht er eigentlich nur mit dem weiter, was er sonst schon getan hat. Verbrechen an der Menschheit. Denn Tony findet bei der Untersuchung der Altimoreste eine Steuereinheit, die ihm sehr bekannt vorkommt und konfrontiert Stiltman dann damit. An diesem Punkt sieht man dann ganz gut, was für ein einfach geschnitzter Charakter Avro-X ist, von dem ich jetzt nicht viel anderes erwartet habe, aufgrund der ganz knappen Historie, die er auch besitzt in den Iron Man-Heften, dass er halt wirklich Stiltman blind links vertraut hat, obwohl er so viel auf dem Kerbholz hat. Und er sieht nur, dass das falsch war. Er wusste natürlich auch nicht, war nicht informiert und involviert in die Steuerung der Altimus und damit auch die Auslöschung einiger der, ich sag's immer wieder gern, Paradiesbewohner, nur um die Population klein zu halten, sodass Stiltman nicht der Status streitig gemacht wird von irgendeinem Freigeist, der dort irgendwann mal auftaucht. Das ist nämlich so seine Angst, warum er diesen drastischen Weg wählt. Aber letztendlich ist es Mord oder Beteiligung am Mord indirekt. Er hat die Mordwaffe auf das Paradies angesetzt. Und das ist schon ziemlich hart. Der Kampf ist supergeil illustriert, der hat mich atmosphärisch total mitgenommen. Wenn wir sehen, wie Stiltman dann plötzlich in die Höhe schießt, alles ist sehr, sehr dunkel gestaltet, so sonst recht gut belichteten Paradiesinsel hier. Das ist schon echt geil. Die Tränen eines Stiltman, ich nehme sie diesem Schurken sogar ab. Das ist alles wunderbar getroffen. Und besonders dann der Ausspruch von Iron Man, wenn wir in diesen Kampf hineingehen, der hat mich echt beeindruckt und das war eine Sprechblase, die ich wirklich außergewöhnlich gut fand, dass er sagt, okay Stiltman, du fließt hier jetzt mit deinen Stelzen nach oben, fließt du genauso nach oben wie die Opfer, die du auf dem Gewissen hast. Und das war schon heftig. Also er meint damit natürlich, dass dann die Seele dem Körper entschwindet und in den Himmel aufsteigt. Das war schon sehr, sehr gut geschrieben von Cantwell an der Stelle. Also er hat schon manchmal Dialoge und Sprechblasen, die sind schon wirklich knackig und gut, die funktionieren echt stark. Ich habe immer so ein bisschen das Problem damit, wenn er zu technisch wird oder mit zu vielen Fachbegriffen dann um sich wirft. Ich finde immer, das hat die Reihe gar nicht so nötig und das könnte man in einer einfacheren Sprache eigentlich auch abhandeln. Ich sehe es aber auch ein, dass man das für einen so technisch versierten Charakter wie Iron Man und dann auch seine eigene Volume so natürlich auch umsetzen kann oder sollte. Es ist zumindest eine Lösungsmöglichkeit. Nie meine Liebste, aber wie gesagt, da sind viele Momente drin, die funktionieren sehr, sehr gut für mich. Was gibt uns diese Ausgabe also? Denn dieses Zwischenstück muss ja irgendeinen Grund gehabt haben in der Geschichte, sonst hätte man sich das auch sparen können. Wir bekommen auf der einen Seite natürlich wieder einen kleinen Gottkomplex dargestellt. Das ist ja so das große Ding, dieser Volume. Gottkomplex sowohl von Tony, der seine Gottkomplexe aus der Vergangenheit irgendwie verarbeiten und hinter sich lassen will. Wir haben ganz klar den aktuellen Gottkomplex von Korvac, der riesig ist, der kosmische Ausmaße hat und der eine Gefahr für unser Universum ist. Wir bekommen aber auch und besonders Tony bekommt nochmal vor Augen geführt, was selbst ein kleiner Gottkomplex auslösen kann. Tod. Zwar ein Tod, der in wenigen Zahlen niedergeschrieben wird, aber letztendlich sterben dort trotzdem Individuen. Und das lässt ihn natürlich auch nachdenken. Außerdem wird jetzt natürlich sein Paradies eingerissen. Er hat keinen Grund mehr, Abstand zu nehmen, sich diese Pause zu gönnen. Das, was er unbedingt haben wollte, ist nun zerstört und hat auch schon beim Bestehen Risse bekommen, als er gemerkt hat, dass dort doch einiges im Argen liegt. Heißt, er merkt auch, das, was er haben will, kann er nicht erreichen. Es macht nur Sinn, jetzt wieder seinen alten Kampf weiterzukämpfen. Es war vielleicht nicht unnötig, dort einen Zwischenstopp zu machen, weil er durchaus Zeit hatte, zu überlegen, nachzudenken und insbesondere sich auch etwas zu erholen. Wir wissen ja, wie sehr zugerichtet er war und das habe ich bisher auch noch gar nicht erwähnt. Das wollte ich mir für diese Folge nicht aufsparen, aber nochmal aufgreifen. Er ist ja auch immer noch unter starkem Drogeneinfluss, insbesondere Schmerzmittel, Morphium, sowas. Das beeinflusst ihn natürlich auch, wenn er hier manchmal out of character agiert, dann ist das ab und an durch Christopher Cantwell auch augenscheinlich durch diesen Drogeneinfluss begründet. Er ist sich natürlich aber sehr bewusst, denn was für einen Schlamassel ihn andere Drogen, der Alkohol in der Vergangenheit schon gebracht haben. Und das bringt ihn natürlich auch wieder in Schwierigkeiten und ihn hart ins Grübeln. Von daher erkennt er selbst die Gefahr, ist natürlich aber auch irgendwo auf diese Schmerzmittel angewiesen. Das ist schwierig. Ich mochte den Umgang nicht wirklich mit den Drogen in den Heften davor. Das muss ich auch sagen. Also Drogen ist jetzt ein sehr überspitztes Wort dafür. Er ist ja darauf angewiesen. Aber letztendlich sind es nun mal Drogen oder Mittel, von denen man abhängig werden kann, die dem Körper auf Dauer auch schaden. Und dort dachte ich, er ist das Mittel zum Zweck. Hier wird es dann nicht mehr so auf den Tisch gebracht, sondern nur noch beiläufig erwähnt. Und wir sehen stellenweise, dass Christopher Cantwell auch da mit seinen Verletzungen hart übertreibt. Denn sorry, aber wenn dein Gehirn blutet, dann glaube ich nicht, dass du irgendwie noch fähig bist, irgendwas zu machen, Tony. Dann kannst du diesen Kampf nicht führen. Wenn dein Gehirn blutet, dann liegst du flach und liegst wahrscheinlich gleich auch im Koma. Da helfen dir auch keine Medikamente oder was für Mitte. Also ich habe das Gefühl, Christopher Cantwell hat manchmal selbst so ein bisschen das Fingergespitzengefühl verloren, wenn es um den Grad geht, wo man noch sagen kann, es würde noch funktionieren. Das ist logisch. Aber den hat er ab Ausgabe 1 irgendwo schon vermissen lassen, als er sich das Rückgrat gebrochen hat und dort in diese Rüstung reingezwängt wurde und alles wieder in Ordnung war. Aber das haben wir letzte Folge schon besprochen. Das ist einer der wenigen Schwachpunkte, die ich ihm auch hier ankreiden muss, weil es einfach so unreell ist. Und ja, ich weiß, wir sprechen hier über eine kosmische Story mit zwei Götterwesen, die gegeneinander fighten. Aber wir haben ja speziell Punkte, die einen Menschen auch ausmachen und auch Tony. Besonders jemand, der sich auch so über sein Reichtum identifiziert, der muss dann halt auch mal mit menschlichen Problemen klarkommen und das hat nicht so gut funktioniert. Der Ausweg aus Megiddo erfolgt dann, zusammen mit Ever-X übrigens, über das Living Tribunal, okay, der für die kosmische Regeleinhaltung zuständig ist. Ich fand sein Design immer unsagbar cool. Mag ich total. Wusste aber nicht, was dahinter steckt. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen geguckt. Das ist der Repräsentant von The One Above All. Das fand ich natürlich auch ganz spannend, weil ich wusste, dass das Living Tribunal eine Entität ist, eine kosmische Entität, aber nicht, dass diese kosmische Entität noch einen Boss hat mit The One Above All. Das finde ich da auch ein ganz spannendes Konstrukt. Kam mir erst ein bisschen out of place vor, aber wenn man dann weiter fortschreitet in der Geschichte und weiß, dass man es dann später mit zwei kosmischen Götterwesen, Tony und Michael Korbeck, zu tun hat, bin ich damit fein. Es war nur ein Bote. Das war alles Ausgabe 11. Die war ziemlich vollgepackt, aber ihr merkt, wie viel Spaß ich auch an diesem kleinen Zwischenpart in der Volume hatte. Das war ein echtes Glanzstück. Das hat mir wirklich Freude bereitet. Es war halt mal wieder ein bisschen gesettelter im Vergleich zu davor. Da brauchte ich Korbeck jetzt nicht. Das hat auch so sehr, sehr gut funktioniert. Die Ausgabe danach habe ich persönlich leider als sehr schwach empfunden. Es ist die Vereinigung aller Player in der Geschichte. Wir sind dann mit Tony und Evero X schon auf diesem Galactus-Schlachtschiff, wo dann auch die Power Korzemic zu finden ist. Und nach und nach trudeln dann die Korbeck-Gruppe und unser Supportcast ein, das wir am Ende alle zusammen haben. Zwei Drittel des Heftes besteht aber eigentlich nur aus einem Spießrutenlauf. Heißt, Tony und Evero X müssen ganz vielen tödlichen Fallen ausweichen, diese Austricksen. Dazu gehören auch Sagittarius-Abwehreinheiten. Das klingt jetzt sehr hochtrabend, waren im Endeffekt aber so synthetische Roboterwachen. Sehr cool, auch mega geil dargestellt. Auch hier wieder Angel Unsuetter, echt Daumen hoch, hat er wirklich gut gemacht. Aber im Endeffekt sind sich sowohl Evero X als auch Tony sehr bewusst, dass jeder ihrer Momente der Letzte sein könnte. Von daher begleitet uns die ganze Zeit so ein beiläufiger Smalltalk durch diese tödlichen Fallen. Ich finde, weder die beiden Charaktere haben dadurch sonderlich profitiert, wir bekommen ein wenig Hintergrund zu Evero X, seiner Herkunft und Kanada und vielleicht ist das auch das, was man kurz vor seinem Ableben so tun sollte, nochmal ein bisschen Nostalgie vor Augen rufen und gute Gefühle in sich erwecken. Aber am Ende des Tages sowohl die Fallen, die Abwehreinheiten, aber auch die Helden haben davon nicht sonderlich profitiert. Wirklich spannend wird's dann erst, wenn wir mit Tony und Evero X auf Korbeck und seine Gruppe treffen, der wieder zeigt, wie rigoros er ist und den leider unwichtigen Evero X und ey, der konnte wirklich nicht glänzen in dieser Volume. Der war da und das war gut, er war ein bisschen unterhaltsam, er hat halt einen kleinen Sparringspartner abgegeben für die Dialoge von Tony, ja letztendlich wird er dann aber halt durch einen Kraftstrahl einfach in Stücke zerrissen und ja, skrupellos von Korbeck. Das schürt natürlich in Tony auch schon total die Wut, weil er findet in dieser Volume viele neue Freunde und mit Colin nennt er ihn und ich will ihn auch Colin nennt in dem Fall, weil er so viel mit Tony dann doch durchgemacht hat in dieser kurzen Zeit, den verliert er halt direkt wieder. Und wir wissen ja auch, dass es Tony immer auf diesen einen Schlag dann ankam, mit dem man Korbeck auslöschen kann. Der wird auch noch eine Rolle spielen, doch hier kanalisiert sich seine Wut etwas anders und er reißt Korbeck einfach den Arm aus. Natürlich ist er den anderen Schurken dann nicht gewachsen, weil wir dort auch immer noch die Fackel unter Einfluss von Korbeck dabei haben, die natürlich auf einem ähnlichen Kräftelevel ist. Heißt, sowohl Korbeck hat hart gelitten mit dem Verlust seines Armes, als auch Tony, dem die Gesichtsplatte von der Maske runtergeboxt wurde und der eigentlich auch schon wieder kurz vor dem Sterben ist. Also wenn man da so sieht, wie er liegt und seine Augen sich langsam ins Innere des Kopfes verdrehen, meine Güte, es ist ein ganz schönes Stehaufmännchen. Da sind wir wieder an dem Punkt, wo ich sage, es reicht auch langsam mal mit der körperlichen Belastungsgrenze, dass die irgendwann auch mal überschritten ist und Tony ist zu dem Zeitpunkt, muss ich so sagen, kein Gott. Ja, Tony ist sterblich und es wäre langsam an der Zeit. Auch wenn ihr das vielleicht nicht denken würdet, aber die Ausgabe 13 ist tatsächlich das Punktstück aus diesem Film. Auch wenn ich gesagt habe, dass mir die 11 so gut gefallen hat, aber die 13 gibt mir jetzt endlich den Sinn in der Unterstützergruppe und lässt Charaktere, unbedeutende Charaktere scheinen und gibt ihnen in dieser Geschichte einen Sinn. Frogman bekommt seinen persönlichen Charaktermoment, Misty Knight bekommt ihren persönlichen Charaktermoment und auch Patsy Walker bekommt noch ihren kleinen Bonus, die haben wir eigentlich zu Genüge thematisiert in dieser Volume, aber auch sie bekommt nochmal einen Moment, in dem sie sehr, sehr glänzen kann und über sich hinaus wachsen kann, in der sie, und wir haben ja auch schon so ein bisschen gerätselt, ist sie jetzt vielleicht nicht doch nur ein Klotz am Bein von Toni? Nein, hier sieht man auch nochmal, wie wichtig sie für diese Gruppe sein kann. Ich fand die Rolle von Patsy hier allgemein sehr interessant, weil wir hatten uns ja auch schon mit ihrem Suizidtod beschäftigt in den vergangenen Videos und dass das immer noch ein Thema für sie ist, aus diesen Heften kann man allgemein sehr, sehr viel rausziehen zu ihrer Vergangenheit, also sie ist schon enorm wichtig und sobald jemand das Wort Suizid hier in den Mund nimmt und das muss nicht mal direkt auf sie anspielen oder auf einen Selbstmord abgezielt sein, sondern es gibt ja sowas wie Suicide Missions beispielsweise, eine Mission, wo man merkt, das ist aussichtslos, wir werden hier drauf gehen, das ist ja kein direkter Suizid in dem Sinne. Das triggert sie jedes Mal. Ich fand hier Christopher Cantwell diesen schmalen Grad zwischen Ernsthaftigkeit und Selbstironie von Hellcat nicht ganz klar dargestellt. Ich konnte nicht einschätzen, in welche Richtung das geht, als ich bin der Meinung, Rhodey war das, in dieser einen Stelle hier von Suicidal spricht, da springt sie sofort drauf an, da wird aber relativ wenig draus gemacht, es wirkte für mich eher locker als ernst gemeint, aber es kann halt auch genau in die andere Richtung gehen. Ich würde mit solchen Begriffen dann nicht so unklar rumspielen an Autorenstelle, aber es war okay, das war jetzt kein Minuspunkt aus meiner Sicht. Nee, Korweg ist jetzt auf dem Weg zum Path of God, der ebenfalls in diesem Raumschiff verborgen ist, richtig krasses Raumschiff, dort liegt einfach alles, was man braucht, um Gott zu werden. Und wir haben hier dann halt alle Gruppenmitglieder, die auf die Bösen treffen, das ist schon enorm unterhaltsam, wir springen halt auch so ein bisschen von Szene zu Szene, das macht es sehr, sehr schnell, lebe ich dieses Heft, das ist ganz spannend geschrieben, und diese schnellen Szeneriewechsel, die funktionieren aber überraschenderweise, ich bin gar nicht so ein Freund davon, hier geht das wunderbar auf. Sowohl ein Frogman, der sich todesmutig gegen Korweg stellt und zumindest Zeit rausholt, ihn von dem Path of God drunter tritt und so auch Zeit für Tony rausholt, mit in diesen Kampf reinzugehen, das war schon geil, weil jeder von uns hat sich gefragt, was macht Frogman hier und eigentlich fragen wir uns das immer noch, aber er hat seinen Teil dazu beigetragen, dass wir Korweg hier eventuell stoppen könnten. Und auch Misty Knight, ich konnte ja bisher noch nicht so viel mit ihr anfangen, aber hier zeigt sie mir, was denn badass sie ist, was für eine toughe Braut sie auch ist und genau das auch sein will. Wie sie hier Unicorn zurichtet mit zwei total stark brutalen Schlägen und dann schießt sie ihm noch in die Beine, kam total lässig rüber, als würde sie es einfach nebenbei machen, schnackt nebenbei noch ein bisschen nett mit Tony und schwelgt in alten Zeiten, dass sie jetzt zum Beispiel irgendwie bei dem Arm geholfen hat, ich weiß nicht, ob das so eine Art Cyborg-Arm oder mechanischer Arm ist, wirkte auf jeden Fall so, also die eine Schelle wirkte sehr, sehr metallisch gegenüber Unicorn. Total cool, die beiden. Und Patsy bringt sich selbst halt sehr, sehr stark in Gefahr, weil wenn diese Gruppierung um Corvac einen starken Schurken beinhaltete, dann ist es der manipulierte Jim Hammond, die Fackel. Sie sieht dieses Device hinten in seinem Nacken, das der Controller ihm da auferlegt hat, wodurch er manipuliert werden kann und auch das, das hätte man vielleicht ein bisschen schärfer schreiben können, weil ich sehe das eigentlich nicht als logisch an, dass die Fackel Patsy Walker auf sich zukommen sieht, also wirklich über Zeit langsam auf sich zukommen sieht, Gargoyle fliegt sie da hoch und sich nicht wehrt oder ähnliches. Sie fliegt auf ihn zu, springt ab und entfernt das Device aus seinem Nacken. Wo war die Gegenwehr? Das muss hier an der Stelle gefragt sein, aber an sich, cool, auch das ist ja eine Art Suicidal Mission, auf die sie sich da begibt und das ist für sie natürlich ein großes Risiko, weil sie weiß, sie bringt sich vielleicht zum zweiten Mal um in dem Moment. Muss man auch so runterbrechen? Sie kommt natürlich mit dem Leben davon auch stark zugerichtet, aber sie überlebt es, sie schafft es und auch sie leistet damit nochmal ihren Anteil am Erfolg dieser Gruppe. Einen dürfen wir aber nicht vergessen und das ist Ben Reilly als Scarlet Spider, der so am allerwenigsten seinen Platz hatte, meiner Meinung nach. Hier schafft Christopher Cantris ihn über gute Dialogarbeit und aber auch über gute Darstellung von Cafu einen würdigen Platz zu bereiten in dieser Gruppe. Wir sehen gar nicht genau, was seine Aufgabe jetzt ist innerhalb dieser Geschichte, aber die Kessensprüche, die er bringt und dann auch so ein bisschen selbstironisch in seine Vergangenheit zu seinem Kostüm und auch seinem Todestag in 1998. Er sagt, hier meine Hoodies, pass auf ihn auf, die werden seit 1998 nicht mehr hergestellt. Das ist schon alles sehr smart gelöst von Christopher Cantrell, wenn man da so ein bisschen zwischen den Zeilen liest und ganz ehrlich, wenn ich hier diese Darstellung sieht, das sieht dynamisch aus, genau so will ich Spinncharaktere sehen, das ist eine gute Bewegung, das funktioniert für mich optimal und auch zu Scarlet Spider kann ich jetzt hier an diesem Punkt sagen, auch der hat seinen Platz und hat mir Spaß gemacht. Man findet für jeden Charakter eine Verwendung in dieser Geschichte. Endlich! Heißt, wir zerfetzen Korvek gleich mal und meine Augen beim Durchlesen dieses Heftes haben dieses Splash-Panel erstmal gar nicht als wirkliche illustrierte Seite wahrgenommen, sondern nur als Werbung abgetan und da habe ich zurückgegangen, oh, ja, ja, weil ich mich gewundert hatte, warum Korvek plötzlich einfach normal wie so ein Android, wie so ein Roboter aussieht und nicht mehr halt mit seiner menschlichen Hülle dort rumläuft, ja, der wurde einfach komplett zerfetzt. Aber Übermut tut selten gut, eigentlich haben wir ihn am Rande seiner Niederlage und es gibt den einen Schlag von Tony, der Korvek durchbohrt. Der hatte nicht die größte Wertigkeit in dieser Geschichte, das finde ich schade, weil wir das eigentlich so aufgebaut hatten mit Rhodey, mit War Machine im Vorhinein in den Heften davor. Das hätte eigentlich die Lösung sein müssen und sie ist es im Endeffekt nicht. Also warum hatten wir diese Unterhaltung zu dem Schlag, der seine Hülle durchbrechen kann und nichts anderes. Ist jetzt ein bisschen sinnlos geworden, hat sich selbst überholt. Ja, und dieser Übermut äußert sich da drin, warum auch immer, dass er ihm wirklich den Arm abgerissen hat. Das ist nur noch fast eine leblose Hülle, aber er liegt jetzt nun mal weggeschleudert von Tony ohne Beine am Eingang zur Power Cosmic. Heißt, er hat direkten Zugang, wenn er jetzt allein seinen Arm bewegt, zu dieser Götterkraftquelle. Das macht er natürlich. Also Tony hätte ihn nur in eine andere Richtung schlagen müssen und schon wäre nichts passiert. Auch hier hat er wahrscheinlich die Plotarmor, die ihn da beschützt hat, um die Geschichte nochmal zu dem zu machen, was sie eigentlich sein sollte. Ein kosmischer Götterkrieg, den wir gleich bekommen. Aber das war wieder so eine Stelle, wo ich dachte, es ist okay geschrieben, aber es ist nicht ganz perfekt geschrieben, weil das sollte nicht passieren. Natürlich folgt Tony Korbeck in dieses Portal und damit läuten wir die Göttertransformation für beide ein, aber in der Ausgabe 14 natürlich hauptsächlich für Tony. Diese ganze Ausgabe 14 beschäftigt sich mit der Psyche des Tony Stark und mit der interessanten Frage, die wir ganz am Anfang der Volume auch schon aufgeworfen hatten, wie verändert sich ein Mensch mit einem Gottkomplex und wir wissen, Tony will grundsätzlich immer am Wohle der Allgemeinheit handeln, das denkt Korbeck aber auch von sich. Wie verändert er sich, wenn er jetzt wirklich zu einem Götterwesen wird und sich bewusst ist, dass er eine Macht in sich trägt, die sonst vielleicht die wenigsten im Marvel Kosmos, aber allgemein kein anderer in sich trägt? Eine sehr, sehr spannende Frage. Dazu muss aber erstmal etwas abgeschlossen werden, was uns nicht nur seit dieser Volume beschäftigt, sondern auch schon in den Iron Man Volumes davor Thema war. Die Selbstfindung. Bin ich jetzt künstliche Intelligenz oder bin ich doch Tony Stark der Mensch? Was bin ich eigentlich? Die Selbstfindung und die Selbstzweifel, die Selbstzweifel müssen beiseite geschoben werden, die Selbstfindung muss erfolgen, nur dann kann Tony zum Götterwesen werden. Dementsprechend bringen wir hier nochmal alles auf den Tisch aus seiner Vergangenheit. Kindheitstrauma, Daddy Issues, sich selbst im Weg stehen, alles mögliche wird hier nochmal auf den Tisch gebracht. Ich finde, es ist solide thematisiert. Das hat Christopher Cantrell gut gemacht. Er hat nichts zu übertrieben dargestellt. In dem Fall hat er alles schnell hintereinander weggearbeitet und Tony ist sich ja auch schon über die Jahre sehr bewusst, was seine Probleme sind. Von daher weiß er, auf was für einer Reise er sich hier befindet. Es ist alles ganz nett dargestellt. Hat auch immer so ein bisschen Alice in Wonderland Vibes. Das ist alles schön gemacht. Aber eins wird klar. Er hat hier eine Seite zu den Avengers und grundsätzlich muss man ja festhalten, das sind Kollegen, Freunde. Doch wenn Egomane Tony Stark eine Göttermacht besitzt, dann kennt er keine Freunde. Wenn es aus seiner Sicht sein muss, etwas durchzuziehen und sei das die Auslöschung dieser Helden, dann würde er das klipp und klar durchziehen. Und das zeigt uns natürlich die Gefahr dieser Allmacht auf. Dass sowohl gute Menschen auch Schlechtes mit dieser Macht tun können. Und so wie über Tony, wie ich Tony jetzt kennengelernt habe, ihr kennt ihn so viel länger als ich, ich traue es ihm zu. Dass er dort auch viele falsche Entscheidungen treffen würde, genauso wie das Feindbild Korbeck. Ich glaube, die nehmen sich in dieser Hinsicht rein gar nichts. Dann ist das aber vielleicht gar nicht so gut, dass er jetzt lernt, den Selbsthass zu überwinden und sich wieder selbst zu lieben, denn das befeuert ja nur diese Egoismen, die er und Korbeck in sich tragen, oder? Also das finde ich zumindest eine sehr, sehr spannende Frage, die hier aufgemacht wird. Wie geht er dann mit dem Gottkomplex um, wenn er ein Gott ist und übermannt dieser ihn dann vollenzt? Und ich kann euch jetzt schon sagen, beides. Teilweise kann er ihn gut eindämmen, aber wir merken auch sehr stark, dass nicht nur gute Einflüsse dann bei Tony aufschlagen. Ja, ganz schwierig, aber was war anderes zu erwarten? Ich finde den Look unsagbar cool. Tony Stark ist nicht mehr Iron Man, er ist der Iron God. Ich konnte nichts anderes für's Thumbnail aussuchen als dieses geile Design. Er ist nun ein kosmisches Götterwesen. Abgedreht, hätte man am Anfang der Volume vielleicht auch nicht gedacht, aber ich finde es auch sehr gut, dass man für Korbeck hingegen den sehr, sehr klassischen Ansatz gewählt hat, dass wir wieder diesen violetten Kraftschimmer um ihn rum haben. Genau das will ich sehen, die Anleihe in die Vergangenheit und dazu haben wir diesen super modernen Iron God, das clasht richtig gut, das hat mir sehr, sehr gut gefallen und dann geht's ab in den Showdown. Hier wird nun ein sehr interessanter Erzählansatz von Christopher Cantwell gewählt, der sich für mich aber sehr schnell erschlossen hat, denn die beiden Götterwesen prügeln sich quer durchs Universum, ohne Rücksicht auf Planeten und Kollateralschaden zu nehmen. Auch hier finde ich spielen die beiden sehr stark mit ihrer Kraft, sie benutzen Planeten, um sie dem anderen entgegenzuwerfen und nehmen Tote einfach in Kauf. Tony spricht das zwar an, aber so wirklich besser macht er es auch nicht und besonders merken wir, wenn er kurz am Ende des Kampfes dann vor der Erde in einem anderen Multiversum steht, dann sehen wir ganz klar, dass seine Götterfantasien auch sehr stark mit ihm durchgehen, also Tony driftet hier auch schon sehr gefährlich ab und ich hoffe, wenn sich dieser ganze Kampf hier erledigt, dass er wieder eine Möglichkeit hat, wirklich menschlich zu werden, also auch im Inneren. Seine Kräfte kann er behalten, aber das Schwierige wird für ihn sein, sein Inneres wieder menschlich zu gestalten. Ganz schwierige Frage, ganz schmaler Grad, den wir hier wieder erwischen. Es ist toll illustriert von Ibram Roberson, das macht mir wirklich Spaß, es ist teilweise etwas zu oberflächliches Gekloppe für mich, aber dafür, dass man 14 Ausgaben darauf hingearbeitet hat, hat man sich das auch irgendwo verdient, das ist geil illustriert und das ist halt kosmisches Ausmaß, das dürfen wir nicht vergessen. Die Erzählperspektive switcht zwischen aktiv und passiv, schlau gemacht, dass wir nicht nur das oberflächliche Gebäude haben, sondern auch noch einen Flüchtling von einem Planeten, der gerade von den beiden Götterwesen ausgelöscht wird, finde ich sehr gut und dass er den Schmerz beschreibt, der ausgelöst wird, vielleicht auch unabsichtlich durch den Kampf zwischen Gut und Böse. Aber kann man das hier noch so genau sagen, weil beide halten sich für gut und keiner ist es im Endeffekt? Sehr, sehr spannend, da nochmal diese Perspektive zu sehen und der bekommt dann auch kein Happy End, was uns die Drastik innerhalb dieser Situation auch nochmal darstellt und wie ernst dieser Kampf eigentlich zu nehmen ist für Wesen, die halt nicht diese enorme Kraft haben, die halt keine Ahnung, an normalen Dingen sterben können und auch in Unfällen sterben können. Da ist das natürlich blöd, wenn Götterwesen den ganzen Planeten und die Sonnen drumherum auslöschen. Ja, und darüber machen die beiden sich natürlich keine Gedanken. Es ist so weird, wie die beiden dann untereinander philosophieren von ihren eigenen Vorstellungen und wie schlecht die doch wären von einem Utopia und dass das so nicht sein könnte. Aber sie sorgen halt beide für so viel Schmerz auf den Planeten, die da jetzt beteiligt sind in diesem Kampf, die das nicht wollten, die einfach hineingezogen werden in diesen Kampf der Götterwesen. Ja, das ist dann schon eine tragische Anschauung und ich finde es sehr, sehr, sehr gut, dass Christopher Cantrell uns in diesem Moment diesen eigentlichen Slowdown gegeben hat, dafür, dass wir den Perspektivwechsel bekommen und da auch mal durch eine andere Brille draufschauen. Das war wirklich gut gelungen. Es gibt dann nochmal kurze Bezüge in seine eigens geschriebene Dr. Doom-Reihe, die kurz vor Iron Man lief. Die hatten wir auch schon mal ganz kurz erwähnt im ersten Iron Man Video, als ich so ein bisschen durch seine letzten Werke gegangen bin. Das fand ich ganz interessant, dass er das verbindet. Ich finde nicht, dass es sein muss, aber okay, wenn man sich sowas aufbaut, dann hat man sich das auch verdient, das dann da mit als Referenz zu nennen. Das war in Ordnung. Der Ausweg aus der Geschichte war ein bisschen merkwürdig, meiner Meinung nach, weil Tony gewinnt den Kampf nicht wirklich. Die anderen kosmischen Entitäten schalten sich ein und nehmen Korbeck in Gewahrsam. Also sie stehen eher auf Iron Man Seite, das stehen wir sicherlich auch, hinterfragen Iron Man aber auch nicht. Sie machen ihm das Ding fest und führen ihn ab. Ganz interessante Charaktere natürlich, Eternity, Infinity, Lord Chaos, Oblivion, Master Order, Death, wen hatten wir da noch, wie hieß die eine, Sire Hate, ganz interessante Charaktere, die hier natürlich alle zu kurz kommen. Ja, Living Tribunal haben wir nochmal drin, aber ich liebe das immer, wenn diese enorm krassen Charaktere kosmischen Ausmaßes dann in eine Geschichte geworfen werden. Deswegen bin ich auch immer noch hinterher, die ganzen Infinity Events und alle Teile ins drumherum zu kompletieren und auch so rein wie Quasar, die Guardians und so alles, was da so in diese Richtung geht, weil das sind Kräftepotenziale, die hat man dann halt nicht bei Spider-Man, Daredevil, Punisher und so weiter. Und das finde ich schon immer enorm beeindruckend, weil die aber auch immer so kreativ gestaltet sind. Das finde ich gehört auch immer dazu. Da kann man enorm spannende Dinge machen, illustrativ und zu den Charakteren. Ja, und so erledigt sich das Ganze dann. Wir haben den Kampf gewonnen und Tony muss jetzt zurück zur Erde. Darf natürlich nicht fehlen, wenn das Korverk dann Rache schwört an Tony, das gehört dazu. Und dann müssen wir gucken, was das nächste Mal passiert. Also, ich war wirklich happy mit diesen Ausgaben. Ich habe die fast an einem Stück weggesogen. Ich war dann ein bisschen müde zur letzten Ausgabe, weil ich spät abends gelesen habe. Aber die haben mich wieder wirklich gefesselt und ihn in den Bann gezogen. Christopher Cantwell, diesmal war das richtig klasse. Das muss ich ihm geben. Zeichnung, perfekt, gut abgestimmt, auch mit der Geschichte. Geil. Ich freue mich jetzt darauf, wie Tony aus seinem Gottkomplex entfliehen wird, wie Tony wieder hoffentlich zu einem Mensch wird und wie auch die anderen Charaktere, wie Patsy, ihn so aufnehmen und da wieder rausholen. Weil ich glaube, das ist dann der nächste große Punkt, wo es Differenzen geben könnte. Das ist Streitpotenzial. In dem Sinne, ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.